Na, Fabi, was machst du denn? Ich schmiere unsere Toastbrote, damit wir jetzt gleich nicht mehr hungern. Aber eins schiebe ich mir jetzt schon so rein, weil sonst würde ich mit mir übel beim Autofahren. Ja, die Adria hat ganz viele Käse-Stücke bekommen. Schön machst du das. Ich weiß, das Licht jetzt wieder aus. Ah ja? Morgens halb sechs in Deutschland. Adria holt jetzt gerade noch Geld für die Sparkasse. Mir wird wahrscheinlich gleich auffallen, dass ich filme, weil die Kamera so ein Licht vorne hat, damit man überhaupt was erkennt. Sie war erfolgreich. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg Richtung Stall. Ja, hi. Wir haben jetzt gerade 6.28 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir holen die Curly jetzt ab und machen uns dann auch nach wohin? Kimmela. Ja, auf die Steel Dust Ranch, wo wir so ein kleines Follow Me Around von dem Cutting-Kurs machen. Und ja, die Adria und die Curly werden da richtig abgehen. Hoffentlich. Und ja, ich filme ein bisschen was und viel Spaß. So, Adria versucht jetzt die Anhängerkupplung an ihr Auto zu montieren. Was will ich hier dabei? Nein. Scheiße. Kann ich einfach abreißen? Nee, weil das ist wieder Kabelbinder. Ich kann es nicht abreißen. Nee. So lange ist kein Kabelbinder dabei. Verzicherung wahrscheinlich für den Schlüssel. Na Curly? Sehr motiviert, hm? Ja, aber viel zu früh. Verzicherung. Verzicherung. Richtig. 1. Verzicherung. Ja, aber viel zufrieden. Ich bin sehr gespannt, wie wir Sie im mention haben. Igen. Ja, aber viel zufrieden. Verkaufel kommt die Zeichen. Verkaufel ist es jetzt nicht einfach. Ich bin ein bisschen schief, aber auch wohl zuerst rápido. Auf Wiedersehen. Ihr Blick schaust mir noch nichts mehr, mein Hintern ist zu dick. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 10. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde vor uns, fährt sie super, Adrie fährt jetzt das erste Mal mit ihrem neuen Autohänger, das geht total super und ja, wir kommen so und deswegen, 20 nach neun, halb zehn sind wir da, das ist jetzt schon nett, ja, wie immer, die Anhängerkupplung war schuld, ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit der Anhängerkupplung, das hat nicht so funktioniert, wenn wir uns das vorgestellt haben, oh, jetzt haben wir ein WC für die Anhängerkupplung, ja, jetzt muss es ausschwitzen, naja, wir melden uns dann noch mal, wenn wir in Aussicht gehen. In 500 Metern, ihr Zielpunkt liegt rechts vor ihnen. Ihr Zielpunkt liegt rechts vor ihnen. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Klima? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klima? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020